ach in die warte wir waren noch nicht fertig mit dem gespräch moment du kannst nicht meinen patienten okay er kann doch na schön ich wollte ihm doch noch mal einfühlsam meine meinung beitragen beitragen oder zutragen aufdringen ja so oft ich bin auf den tag da 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 dann die tür raus kommen dann krieg bei den gegenwahrer im schnellen rein hey griffes bleibt ihr denn voll auf die nase der eine creeper will nicht ich kann die dahinten der steht immer noch da könntet ihr mal bitte euch zu mir hinüber hier rüber begeben wir wollen nicht mit mir spielen hier stehen 45 creeper die wollen alle nicht unglaublich ich bin hier kommt nicht mal raus die ist so in die mitte gefallen dass sie zum keinem rand mehr kommen und jungs er war das eben hinter mir ich habe da gerade ein paar versicherungsvertreter mitgebracht die haben hier schuldig exklusives an das war das war aber nix mehr hatten ja mal gesagt es sind bauunternehmer sind für sprengungen zuständig beim end am ende oder so wieder vertriebe hoch bahnler er war immer ein spazieren in die da hinten und zu den wohl die trieber ja das hat ein trieber hinter dir her zum frühstück ich aber ins dorf dann lass uns mal also jetzt das letzte mal hier sammeln wir machen das nächste mal noch eine buddeltour irgendwie dass wir noch mal graben noch mal ein paar die als sammeln können ja später noch mal ja 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 das ist schon wieder zehn folgen erzählt gemacht haben wir noch nicht schon 50 ja ich bin ein bisschen buddeln er braucht wirklich jemanden beim gleich 24 oder so und was könnte hast drei kräber hinter die achtung hatte also sicher schon z gemacht ein schwert okay dann brauchst du also schon selber 24 ich habe noch mal drei creep bars kann es sein dass die zombies schneller sind da wollen mich rein wollen was weiß knapp an der schlucht das kopf wer da reinfällt ist sowas von tot jedenfalls in der nacht da gibt es eine bombenstimmung komm mal rein ich bin einfach nur hier oben lang gelaufen hat auch gereicht so groß wird morgen habe da zwei kräber dann wunderbar ist die kräber kriegt man noch mehr krieger explodieren ja nicht nie dann schaue ich hier noch ein ich bin ein kräber kein auffällig creepy auch creepy kommt den gänsemarsch kommen sie creepy creepy aber creepy ich habe noch mal zwei da steht noch einer vor der tür vor der anderen tür ja er kommt ich glaube jetzt haben wir es gut gefüllt jedenfalls besser als letztes mal ich bin zufrieden aus dem das so weiter geht nahe mit verbrannten da oben warten ich bin auch die neuer abwand dann bin ich noch ein das an die und hier schuss ich gehe mal das so wie habt ihr level können sie auf 30 schaffen dann haut du noch mal ich muss mich schon ins dorf zurück da mache ich schon mal auf ich will die zeit nutzten ausgang weil es dann wieder ein eisenschwerd holen ach ja vielleicht können wir ja aus den drei bewohnern sechs machen das wäre schon mal ein anfang aber passt ja schließt den schmied einmal in hause reingeht der darf nicht hier und so wer darf noch nicht sterben sie müssen danach wo hat man denn da wir haben da irgendwo ein schacht gegraben wie wir lassen uns noch mal rein später zur nächsten nacht richtig was los tag die da ich habe gar keinen hammer ax dabei ich glaube dass du durch mit der chak norris faust geht alles besser ich muss mal ganz kurz was machen weil der schmied ist zuerst raus halt gut hier hat ein neues haus gefunden geil das funktioniert schon mal die müssen sich nämlich die neuen häuser angucken und dann erst werden die aufmerksam auf sich ja hatten wir noch 39 gemütlich klar stehe ich war ein 36 ich habe hier noch einzelne aber jetzt hätte man vielleicht und ausgabe fertig ist da drin das sind ja nur drei bewohner drei ist aber schlecht noch an das land eine muss als zweimal ist klar habe ich verstanden wie zwei mal ja zwei mal das sind aber zwei frauen und ein mann tja so macht ihr dann flotten drei jahre wie meinen so direkt heute das nicht gesagt hat sich aber so angehört das guck wieder weißt du dass die beim namen nennen weiß ja ja die renn hier quer durch den wald du mädchen hat angst dein haus ist aber woanders gehst du wieder zurück oder wir müssen mal bis zur nächsten nacht glaube ich das dorf im auge behalten bis sie wieder eingeschlossen sind die dorfe wohnen mit brot oder so gehen wir es nicht stehen sie schon mal sehr nah ich drücke doch gar nicht ich schießt doch nur auf das skelett naja hier ist drückt aber auf den schalter irgendwas drückt aber nicht war ein creeper drinnen ich stehe hier gerade gemütlich haben da kommt ein creeper auf mich zum gelaufen ja hoppla da unten in der falle oder wie ja das ist optimal ein creeper ist dran was ist das denn ab level 30 stück hast du den macht oder der spiel ist da oben wo ist er denn jetzt hin da hat dann 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 vielleicht hast du was fleisch kann ich gleich 19 ich guck mal raus fürs dorf ja in der reihe an oder so ich in der piste hattest du eigentlich alles aus dem ofen geholt biedel hier in dem dorf der kohle ist noch drin na gut die kann ja bleiben gut hier sind noch setzlingen drin entsetzlich letztlich setzliche setzlinge es ist mittag stehe wieder vor der tür und ich gehe auf Asche ich stehe immer vor der tür geh mal vor der tür weg oh ich hab mal einen so und wo gehen wir jetzt wenn wir jetzt zu dir kommen doch genau und zum abend gehen wir dann mal buddeln aber bis zum abend ich meine richtig tief mit steinen und so ich hab gar keine bergbank mehr auf dem berg ist auch noch eine das ist ein berg den berg ich weiß nicht wo meine bergbank ist naja auf dem berg oben jetzt macht doch mal was zusammen hier ihr steht euch doch schon so nah die seufzen sich gegenseitig an das nicht zu gucken die augen zu darf ich blinzeln darf ich schmulen ach hier ist ein schwarzer hase ja besser schwarzer hase als weiße hase mit runden aus da haben wir nämlich ein problem jetzt wirklich das greift an ziemlich stark die sind sehr stark ja ich hab nicht geguckt ob er unter augen hat aber da hat ein bisschen rum da greift es auch gleich an ich weiß noch mal ein gammel raus da ist noch mal ein gammel da ist noch mal ein gammel ja hier unten ist irgendwo ein zombie ja der herr huch der ist ja ausnahmsweise mal drin also hier hat schon einer reingeguckt er ist wahrscheinlich schon attraktiv genug hier war der auch schon drin da ist erst ein weiteres mal handeln genau was denn denn in den anderen der eine hat doch der eine hatte 39 andere 40 im angebot blimmst den 40er ich habe aber kein ding ich hatte nur noch ein hinschmissen den habe ich schon eingefallen im zweiten versuch kann er bloß ein paar raus ähm wie nennen wir das denn mal wir nennen das mal Hachingen Heldung hb hast du eine beste idee ein für die ganze hause hb wir warten noch bis zum abend bis die wieder ins häuschen eingehen und dann nimmt Habt ihr vielleicht noch Steine dabei? Ich könnt ja noch ein Haus hinstellen. Wenn das reicht. Dann ist es aber gut. Stein. Oder was zum Bauen. Ich muss auch mal mit reinmachen. Da wollen die denn sonst nicht rein, oder? Tür und Dach reicht eigentlich. Ja, da muss ich nicht mehr mit rein. Ich bewach meinen Schmied. Du bewachst den Schmied? Bist du der Schmied? Ich bin da verwiesen. Ist der Schmied? Da ist der Schmied. So. Geht denn der hin? Ach, ich finde eine Tür, verdammt. Eine Tür habt ihr nicht mehr, oder? Oder hast du noch Bretter? Ich hab Bretter, ja. Ich hab keine Werkbank. Eine Werkbank kann ich machen. Wie viele Bretter hast du denn? Genug. Genug. Ich kann auch eine Werkbank bauen. Also von daher. Wurst. Dreimal auf Holz. Asko köpft da den Wald? Da, ich setze gleich wieder eine hin. Ja. Ah. Drei Stück. Du bist ja aufgeregt. Den Schmied. Wirst du da hin? Schönen. Du schlägst dir hin. Also hier möchte ich auch gerne wohnen. Ich muss aber den Boden eins hochsetzen, ne? Hier so. Eigentlich? Naja. Da muss ich ja vorne dran stehen. die tür aufzumachen eigentlich muss es kies sein und eigentlich muss es drei breit sein also aber die haben ja noch genügend immobilien wo sie hier mal und so und eben wo sind denn unsere gäste unsere ich sehe keinen mehr klar dass du den spiel hast mit der dunkel hier ab ins feierland haben schon jemand im zimmer nee schmied gucken wir miteinander ins bett macht man den häuser noch nicht an wo noch kein licht drin ist mit ihm nicht nachts irgendwie angst haben also auch schon licht drin hier war noch kein licht drin haringen im ellbogen wieder leckern hier habe ich denn nicht hingeregt kommt die dann machen es mit der werkbank gehen ich habe ein kompeter mal hoch und hat sie auch mit er auch jetzt zu ich guck noch mal jedes häuschen ob hier wirklich ich glaube ich habe eine immobilienblase erschaffen hier kommen ja keine da schon die ist noch nicht so wo sind die jetzt schmied ist drin wo ist ja in dem haus machen wir ihn schon mal zu er ist hier drin der arme da ist die andere frau drin jetzt ja auch noch einsperren ja super wo ist die andere wir gehen jetzt wieder zurück zum monster vater da buddeln wir mal ein bisschen dass wir mal vielleicht finden wir noch eine höhle eine mini irgendwas schönes wir brauchen diamanten aber wenn es den moment wenn nacht ist dann können wir auch gleich noch mal eine und so oder nicht schon wieder sammeln ich muss aber jemand anderes hauen denn ich habe drei durch ausgleichen vorsichtig war ich habe drei sieb doch mal gibt doch mal der schmied in der türen haben sie noch eine die schmied in einem tür der schmiede ein türken ach so muss ich mal noch mal ruhig zurück das ist viel die folge bei dir ja gut ich habe ja noch mal einen anderen themen vor der monster falle stehen hier eine menge rum na dann ich versuche mal hier die folge schafft noch einzusammeln wieso bist du noch eine brudel die war noch da ja tschüss denn ne ich habe noch gesagt abends gehen wir zurück los nicht drängeln biedel die kommen zuerst dran die spielte muss weg ich bin muss weg mache ich bin muss weg und das kleines weg auch hohoho wuuu au dein hos ist kaputt mein hos ist kaputt dein hut ach so wuchtig wuchtig wucht tisch! ich reiß nur wieder für euch den Arsch auf so und du bist mit auf den Punkt ne hallo Freund was kommt denn hier alles fünf creeper und ein solches wie zischt jetzt verzischt ich hoch da kommt ja noch einer durch hier los was für das gleiche wieder zwei oder aber hier noch die creeper ist ab Puh was artet denn Arbeit aus ich hab keine Mütze mehr sagt mir das doch einer hab ich doch gerade ich hab was keine Mütze mehr oh ich hab hier so ein Fleen an mir dran ich mach dann nur Spaß na ui 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 hä jetzt kann ich stehen ne nicht den Mini-Pootsi die Mini-Pootsi müssen aussterben Asker die Mini-Pootsi müssen aussterben die kann nämlich da unten raus aaaah nee mir geht's gut wieso da ist aber grad ein Mini-Pootsi rein ja hab ich schon gesehen lass mich doch mal das Loch stoppen verdammte ich komm gar nicht dazu einzusammeln weil ich ständig hier von irgendwen abgelenkt werde so so da was Vorsicht dam 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 ich musste jetzt alle umbringen die ich eigentlich mitbringen wollte weil ich hm nun weil weil lass uns das so mal stehen weil ich das Loch stoppen wollte und ständig hat er mich aufgehalten ich hab keine Mütze hatte voll was ich wieder hier machen komm mal ich hole die mal ab Achtung da du hast kuschelt du lass mich ich will nie kuscheln geh weg geh weg ich will nie ey kuschelt nie hau ab komm das funktioniert jetzt das hier gekriegt du hast ihn gehauen und ich hab nicht gehauen da will er zu mir ich will ich will ganz klar ja ja ist klar Zombies wollen auch nur Liebe ja ich glaube auch hm zum Fressen gern ja aber der ist besonders hübsch ein Schmuck Exemplar äh Hase ein Schmuck Exemplar äh Hase ich hab jetzt da nicht lang ohm schade ich dachte da gibt's ein Schallblatt hau 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 ich hab mehr damit zu tun hier eine Skelette und Spinnen zu töten doch weißt du was wir nochmal aufnehmen wollten hm hm kannst du dich noch daran erinnern dass wir mal äh Two Worlds Fuggy Player aufnehmen wollten oh ja dafür muss ich erstmal Two Worlds beenden das ist aber fast fertig aber ich hab das ja pausieren müssen aus Gründen ich war ja mittlerweile schon im Sumpf dem letzten Kapitel sozusagen da fehlt auch nur noch ein oder zwei Quests bevor ich dann zum ja zum Boss Schloss sozusagen laufe du kannst mir leider ich hab selber das zweite noch nie durchgespielt das erste auch nicht ähm ja ich wollte damit nur sagen es ist fast fertig den Endermen ich hab noch zwei Herrschaften eingeladen dürfen die rein ja auch so zwei na gut das ist mich